1687 wurde die Getreide- und Sägemühle Lauen in Weibertshofen erbaut. Wassermühlen gab es in unserer Region viele. Das Wasser der zahlreichen Bäche und Flüsse wurde von oben auf die Wasserräder geleitet und diese wurden durch das Gewicht des herabfallenden Wassers in Drehung versetzt. Die Achsen der Wasserräder münden in großen Getrieben. Bei der Getreidemühle wird eine waagerechte Drehbewegung auf eine senkrechte übertragen, um die Mahlgänge anzutreiben. Die Mühle verfügt über drei Mahlgänge, von denen zwei restauriert und in Betrieb sind. Das Getreide wird über einen Trichter mit Rüttelwerk zwischen zwei übereinanderliegende Mahlsteine geleitet. Beim linken Mahlgang wird das Mahlgut in eine Sortiervorrichtung, den Beutelkasten, geleitet. Hier wird das Mehl von Grieß, Dunst und Kleie getrennt. Kleie diente als Viehfutter. Mehl, Dunst und Grieß wurden zum Backen und Kochen verwendet. Hinter dem Wohn- und Mühlengebäude befindet sich die Sägemühle. Hier hat das noch größere Getriebe die Aufgabe, die langsame Drehbewegung des Wasserrades in eine schnelle Auf- und Abwärtsbewegung umzuwandeln. Damit wird ein Sägeblatt angetrieben. Diesem wird ein Baumstamm auf einem beweglichen Schlitten zentimeterweise entgegengeführt. Durch mehrere Schnitte nacheinander werden aus dem Stamm in zeitaufwendige Arbeit Bretter geschnitten. werden die Bäste angeht. Stamm in Osterm Lorenzen Vielen Dank.